Komm mal schnell mit. Andi, komm mal schnell mit. Ich habe meine Zünder-Bergsteiger habe ich ja mal bei SICK geparkt. Und Andi, das muss ich dir jetzt zeigen. 70 Kubik wahrscheinlich. Ja, genau. Das hier ist was ganz Spezielles. Das sind Reiseschnapsgläser. Da kann man schöne Ansachtrichter draus bauen. Ich würde wie ein Schnaps draus trinken. Ja, pass auf, jetzt kommt's. Hier habe ich einen zweiten Sprit dran. Mach mal auf. Das ist Obstler. Oh, ich stehe auf Obstler. Das ist ja mal eine geile Idee. Er ist von SICK. Gut, ne? Hat SICK die Idee gehabt? Ja, wir hatten so beide gesagt, da muss irgendwie noch ein kleiner Tank rein. Aber er hat das sozusagen... Wo hat er denn diese schönen Hähne her? Die sind ja auch klasse. Mir gefällt die Maschine sehr gut. Aber auch nur deswegen, weil da Schnaps drin ist. Also, Prost! Hau weg die Scheiße. Die. Aaaah.